Ihr kehrt aus der Luke zurück. Wo ist Orobas Meister? Ich... Das kann nicht sein. Wir sind im Osen. Ich werde... Nein, ihr seid... Verbeugt! Warte mal, was ist das? Ja. Quicksafe! Wir sind Drachentöter. Die Mistkerle haben uns wegen... Aber unser Durst nach Drachenblut ist immer noch... No, hätte gehofft, dass der alte Oro... Und ihn gegessen. Aber du reichst auf. Und ich deine Zehen. Sicher haben wir den. Wir planen das schon seit... Ja, mein Freund Markthum hier ist ein toller... Das bin ich! Er hat ein hübsches, kleines Gerät. Damit du es nicht zerstörst. Ich hab... Jetzt bist du dran... Stür... Tibus! Ich krieg sowas auf die Fresse. Ja, die Skillung ist sowas von Bullshit. Ich verpiss mich sowas. Ja, ich mach... So mach ich das. Ich nehm die Beine in die Hand und... Hau ab! Tschüssi! Tschüssi! Ihr könnt mich mal kreuzweißer... Juhu! Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ach, der Laufelschirp... Fickt euch! Scheiße! Ach, der Laufelschirp... ... Ich muss... Ich muss... Ich muss... ... ... Das war's für heute. Ich will jetzt nicht mehr weiter, Leute. Na ja, Leute, ich hör's mir hier ruf, ey. Ich muss mir überlegen, wie ich's grad mache. Das ist... Ich werde hier überall getötet. Ich krieg dermaßen von jedem Kreatur voll auf die Fresse. So gesehen. Also, werde ich mal gucken, ob ich ein bisschen offline will, besser gucken, wie ich's mache. Ähm, ja. Trotz all dem bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit mir, mit eurem Trima bei DFINITY 2. Bye, bye. Hey ho, meine Freunde, doch raus. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Darf ich jetzt reden? Hey ho, meine Freunde. Ja, ich hab's grad noch so schnell aufgenommen. Die ersten drei hatte ich schon besiegt, das hatte ich schon besiegt, das habe ich schon besiegt, bevor ich aufgenommen habe. Außer sie vergessen zu starten. Also, ich erzähl's mal so, wie's ist. Ich bin hierhergegangen, hab ich erneut geskillt, hab die drei Leute, die drei Nacken, auf hierher gelockt, bin hergegangen, hab bei Ficko gerufen und hab sie erledigt hier, die drei Stück. Und den Rest hab ich aufgenommen. Und ja. Ja, ja. Halt's im Maul, blöde Kuh! Alter, ich will reden mit meinen Zuschauern, da kannst du hier nicht nein labern. Ne, dann hab ich hier, dann hab ich schon die anderen Beden noch gekrottet, die, wo ihr es auch gesehen habt. Ähm, ja. Was habe ich jetzt geskillt? Ähm. Einmal hier das hier, das haben wir auch schon. Ähm, hab mein Fiebus bis Stu 5 geskillt, dann hab ich dann noch bis Stu 5 Meisterbeschwörung gemacht. Vierbein Totenschlag, also kriege ich noch Be- ähm. Kriege ich noch Totenschlag, also Crit-Chancen hier noch dazu. Wir reflektieren und schladen natürlich. Ähm. Heilung, hab ich, und auch eine Feuerwand. Und, und Wirbelwind, die ist hier unten hier zu stellen. Ja. Kreis, so ein Glück funktioniert auch so. Ich habe jetzt mal eine Mischung zwischen Magier, Krieger und Totenbeschwörung gemacht. Letzter. Und wie es scheint, hat es auch funktioniert. Ich muss bloß, dann möchte ich noch einmal neu, noch mal skillen. Ähm. Drachenzorn machen wir jetzt zwei, hier immer vor den Gefährten. Und immer von Heilung, natürlich. Die war nicht ohne die Typen, Alter, die Power Ranger. Und manchmal gucken, wie lange meine Skillung es eigentlich so gut hält. Ich hab eigentlich so gedacht, dass mein Dämon jetzt die Meisterarbeit machen soll und ich hinterherkomme. Also Heilung ist auf 5 und Trink ist auf 6. Wie ihr sehen könnt, mein Dämon macht ganz schön viel Schaden. Und ich auch. What the fuck, was war das jetzt? Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, das funktioniert aber nur, wenn mein Dämon noch richtig mitmacht. Ansonsten kann ich das vergessen. Ah. So. Das hat bestimmt wehgetan. Das muss ich echt. Alter. Alter! Das sind mir eigentlich zu viele. Das sind mir eigentlich zu viele. Ich bin schwer verletzten. Ich kann nicht. Ich gehe hin. Der Typ haut mich um. Und das war's. Das sind mir zu viele. Viel zu viele. Ich versuche es irgendwie rauszuloggen einzeln. Ich gehe einfach blind reinzustimmen. Ist auch keine Idee. So. Kommt die nicht oder was? Jetzt kommt er. Boah! Falsch das da! Ne, das bringt nichts. Ah! 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 Für den ganzen Spaß halte ich einfach nur zu wenig aus! Ah! Ich bin's. Meine Untertanen! Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Das hat bestimmt wehgetan. Nice. Hier hinten ist die Kiste und die will ich haben. So, Stufe 28 bist du jetzt mein Großer. Jetzt hast du meinen Dämon unten weggerufen. Alter, ich muss jetzt mal auf eine separaten Taste machen. Ey, das geht mir wieder aus den Sack hier. Direkt aus der Hölle. So. Och Mann, er trank. Machen wir doch das hier noch. Die geben mit ziemlich guten XP, muss ich sagen. Die geilen Wichser. Alter, was ist das für ein Wichser? Noch nicht. Das hat bestimmt wehgetan. So, die hätten schon mal alle erledigt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Schreie. Chreie. Die Sack. Das war's. Blasching fest Ich muss noch was Schönes bekommen. Äpisch! Hm. Ich muss noch was. Dafür habe ich wenig Manner und Leben, aber... Dafür müsste ich eigentlich ziemlich gut aushalten können. Ich kann nicht. Alter, was ist denn das für eine Fähigkeit diese haben? Die schmeißen irgendwas Gelbliches auf mich und das verursacht extrem viel Schaden. Okay. Naja, da haben wir wenigstens die Skelette erledigt. Wenigstens etwas. Wenigstens ein Erfolgserlebnis. Alter, es wird noch... Nee, dafür sein ist ja alles noch zu killen und zu schaffen. Das wird noch was. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Warte mal, was denn wir hier tun? Quick Save Baby! Das sitzt fest. Okay. Die Frage ist... Wofür wird das hin? Die Frage ist... Wir sind ja auch nicht. Die Frage ist das. Hey Baum Will nicht mit mir reden Ich muss zu Fuß weiter Auf diesem Teleporter steht Lager Freiblich geschrieben Ein neues Ziel wurde festgelegt Ein neues Ziel wurde hier Tretet zurück Hm, naja So leider bin ich mal kurz, noch mal kurz weg Bin gleich wieder da So meine Freundin bin ich wieder Hab noch was gegessen So Ja Hä Wo ist denn Ja, ich seh's aber nicht mehr Loll Warte kurz, Leute Ich seh's nicht mehr Jetzt da leicht Zack Hm Um Glatt verfehlt Hallo Das kann ich vielleicht Aber klar Das kann ich mir nüchst Nee, bringt mir nüchst Boah Ah Ein Schmied dürfte hier ein wichtiger Mann sein. Ich könnte ja Silberschwerter herstellen. Was würden die gegen Geister nützen? Ach wirklich? Geister nützen. 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 Einmal kurz für Ede. Einmal kurz für Ede. Einmal kurz für Ede. Einmal kurz für Ede.